So Leute, da sind wir beim letzten Video dieses Jahr und das wird ein bisschen zusammengekattet sein und ich werde nebenbei so ein bisschen Booster aufmachen. Ich habe hier so eine ganz kleine Riege an verschiedensten Boostern. Hier unten sind auch noch welche und da auch noch welche und ich habe da noch ein paar Booster vorbereitet und ich dachte mir, ich setze mich mit euch ein bisschen hin, mache so ein paar von meinen Restboostern vom Jahr auf und rede so ein bisschen über das Jahr. Und was für ein Jahr das einfach war. Großartig, wirklich cool. Wir haben so viel gemacht. Also dieses Jahr, wir haben, naja, wir haben die 1000 Abonnenten-Marke geknackt. Wir sind kurz davor, die 1500 zu knacken, wenn wir die nicht sogar schon geknackt haben dieses Jahr. Das weiß ich noch nicht. Ich hoffe es ja. Wenn nicht, wäre natürlich ein geiles Geschenk, wenn man da so ein bisschen noch irgendwas treten könnte, damit ich vielleicht in die Richtung komme. Vielleicht für euch. Und ja, ansonsten, ich finde es einfach großartig, was dieses Jahr passiert. Ich bin einfach so, so happy, was dieses Jahr passiert ist. Wir haben gestartet mit random Videos. Es war nichts Großartiges dabei. Ich habe irgendwie ein Blackie-Talk gemacht und halt Booster-Cases, so für Displays und so weiter. Das war ganz interessant. So war Deck-Tags. Damals noch Legacy Deck-Tags, so Curses und sowas. Wirklich interessante Deck-Tags. Und da habe ich noch Minigames gemacht. Für die Leute, die es noch nicht aufgefallen ist, ich habe die Minigames jetzt sein gelassen. Ich werde Minigames nicht mehr machen. Ich habe es nochmal probiert, es wieder zu beleben. Aber das hat nicht funktioniert. Das ist etwas, was ihr nicht haben wollt. Oh, die ist ganz cool. Was ihr nicht haben wollt anscheinend. Und ich werde euch dann nicht weiter damit belästigen, indem ich den Kram euch für euch poste, wenn ihr das nicht haben wollt. Das ist okay für mich. Genau. Dementsprechend, da habe ich noch die Minigames gemacht. Und dann kamen auch diese direkt, diese restlichen Secret Layers und so weiter noch mit rein. Und die ganze Zeit über, oh Gott, sind wir ja auch in Radio Öffentlichkeit unterwegs gewesen. Mega krass. Das war auch super, super cool, was sie da alles noch gemacht haben. Ich finde es vom Interessantesten her, dass eins meiner besten Videos tatsächlich der Treasure Hive ist. Also der Sekunde. Der ist da. Das war ganz gut. Und ansonsten sind eigentlich fast alle meine Videos irgendwelche, die gut gelaufen sind, irgendwelche Blackie Talks. Ich habe das Gefühl, ihr mögt Blackie Talks. Aber nur ein ganz, ganz kurzes Gefühl. Und dementsprechend werde ich mal schauen, wie ich es im nächsten Jahr mache. Ob ich da vielleicht ein bisschen mehr sogar noch schaffe. Was ist der denn für ein Rand? Ja, noch gar nicht gesehen. Aber ist nicht echt toll. Ob ich vielleicht ein bisschen mehr in diese Talk-Richtung gehe und diese Zeigerichtung. Ich habe euch damals auch die Vengards gezeigt. Das hat ewig gedauert, die alle zu sammeln. Wenn ihr die noch nicht geguckt habt, das Video, bitte, bitte guckt das Video. Es hat wirklich lange gedauert und es war wirklich nicht günstig. Und das sind die Original-Commander sozusagen. Wirklich, wirklich coole Teile. Oh, da ist die Rech. Oh, eine Plane. Und ja, ich muss sagen, am Ende des Tages gibt es einige Videos, wo ich heutzutage sage, warum wurden die nicht geguckt? Warum, warum fanden die Leute das nicht interessant? From the Vault Angels zum Beispiel, was ich auch noch mal besorgt habe, um euch das zu zeigen. Und dann gibt es wieder so Videos, wo ich mir denke, okay, warum sind die so krass geguckt? Es ist halt immer wieder interessant, dass auch wenn ich das Gefühl habe, dass euch interessantes Zeug zu zeigen, euch natürlich nicht alles interessiert, nur weil es mich interessiert. Das gehört ja auch dazu. Blue Ribbon. Das ist ja auch so Teil dieses Spiels, was wir hier spielen mit Magic, dass nicht jeden alles interessiert. Und da muss ich halt sagen, das ist halt schon ganz gut. Was ich mitgenommen habe, sind zum Beispiel auch die Produkt-Reviews. Dieses Jahr kamen sehr, sehr wenige Produkt-Reviews. Einfach nur aus dem Mund heraus, dass ich an sehr wenig Produkte rangekommen bin tatsächlich. Die großen Firmen haben gar nicht so viel rausgebracht und schienen auch nicht so interessiert zu sein, zumindest Anfang des Jahres und Mitte des Jahres irgendwie mit den Leuten zusammenzuarbeiten, weil, uh, Second Fundry. Weil einfach auch so, so viele Leute neu auf dem Markt waren. Und es war halt auch wirklich schwierig, da mit anderen Leuten klarzukommen und mit anderen Leuten damit in Kommunikation zu treffen, weil niemand wusste, was 2022 passierte. Weil Anfang des Jahres wussten wir nicht mehr, ob wir Turniere haben. Und wir hatten Turniere. Und es war wirklich, wirklich cool. Und da muss ich sagen, da bin ich jetzt ganz froh, dass es jetzt gegen Ende nochmal ein bisschen was geklappt hat, mit Ultimate Garden ein bisschen zusammenzuarbeiten. Und ich werde auch nochmal ein paar andere Hersteller anschreiben und anfragen, ob ich fürs nächste Jahr nochmal ein paar mehr Reviews von Produkten haben kann. Aber es kamen gefühlt auch kaum gute Produkte oder neue oder interessante Produkte raus. Ich meine, ich habe am Anfang des Jahres noch den, den, den Ultimate Guard Rucksack, den, den Vago. Den habe ich euch noch gezeigt. Das war auch eine sehr interessante Erfahrung, weil ich mit dem Vago halt überhaupt nicht zufrieden war. Und, uh, ist eine Rare. Uh, uh, Galaxy voll. Das sieht cool aus, das Galaxy voll. Nochmal Galaxy voll. Nochmal Galaxy voll. Ähm, okay. Uh, das ist kein Galaxy voll. Das ist leider eine Plane. Hm, schade, das hätte, hm, das hätte auch ein Shockland sein können. Ah, schade, schade. Cat Treasure, eins der hübschesten Cat Tox. Meiner Meinung nach. Das ist eine fliegende Katze. Ähm, ne genau, also da, da ist es schon, schon schwieriger. Und den Vago, den, der war ja, hm, hm, war ich nicht so begeistert von. Und alles in allem muss ich sagen, ich bin so zufrieden mit, mit dem, was noch passiert ist. Weil ich habe euch gefühlt relativ einfach immer wieder dieselben Sachen gezeigt. Ich habe euch Deck-Tags gezeigt. Ich habe euch Gameplays gezeigt. Ich habe, oh ne Blutgrypter. Ähm, ich habe euch Deck-Tags-Gameplays, Plays und Openings gezeigt. Und hin und wieder mal habe ich einfach noch irgendwie Secret-Layer reingeschoben. Gerade Secret-Layer habe ich sehr, sehr viel reingeschoben. Das war wirklich, wirklich viel. Und trotzdem kamen Leute auf mich zu und haben gesagt, Blacky, äh, ich hätte noch gern das. Erklär mir mal das. Zeig mir mal das. Und das konnte ich noch obendrauf machen. Das heißt, ich habe dieses Jahr fast alles geschafft, was ich machen wollte. Reading Pool. Auch hübsch. Und muss dabei aber sagen, irgendwann hatte ich mich auch so, gerade Mitte des Jahres so ein bisschen in so einen Trott, in so einen Trott reingearbeitet. Und da kam es mir dann ganz gelegen, dass ich angefangen habe, durch die Weltgeschichte zu reisen. Also gerade so die, die, äh, Trip nach, der Trip nach München und Umgebung mit den ganzen Leuten. Uh, Steamwads. Voll. Nach München und so weiter in die Umgebung. Das war wirklich, wirklich cool. Da habe ich so, so viele Leute kennengelernt. Mit so vielen Leuten das zusammen gemacht. Das war, das war nice. Dann war ich ja noch in Berlin unterwegs. Hab da mir, Sachen angeschaut. Und, also das, das war wirklich, sowas, sowas muss ich wirklich öfter machen, habe ich das Gefühl. Alleine dadurch, dass ich dadurch mit den Leuten besser in Kommunikation und Interaktion treten kann. Oh, Mischoßbubble. Stonebrain. Die wird noch bestimmt irgendwann teuer. Und eine Karte von der Liste. Ja. Ähm, das, das war cool. Dann war ich ja unten in, in, in Stuttgart, beziehungsweise in, in den, äh, Gefilden meiner Heimat im Schwarzwald teilweise. Also noch weiter südlich. Das war wirklich, wirklich cool. Das hat auch mega Spaß gemacht. Da war ein richtig schöner Urlaub. Da habe ich auch super coole Leute getroffen. Und das war, das hat einfach gut getan. Feldon. Und, äh, das muss ich öfter machen, habe ich das Gefühl. Weil ansonsten gehst du ja irgendwann, irgendwann in den Trott und gehst kaputt. Auf der anderen Seite habe ich dieses Jahr eben auch, habe ich ja gerade eben schon gesagt, die tausend Abonnenten geknackt und da auch viel drüber geredet und auch einen riesen Stream draus gemacht. Ein Stream Happening und ein Opening. Oh, da bildet eine Opening. Ist eins der ersten und ich glaube auch einzigsten Videos, ähm, wo ich drin gelassen habe, wie ich angefangen habe zu heulen. Weil, ähm, viele wissen es nicht. Ich erwähne es immer mal wieder. Äh, aber es gibt immer noch Leute, die es nicht wissen. Ich bin super, super schlecht da drin, mich beschenken zu lassen. Ähm, ich, ich, ich fange relativ schnell an zu heulen, weil ich mich so, so freue und so gerührt bin. Weil ich halt immer noch der Meinung bin, dass ich das alles gar nicht verdient habe und dass ich hier einfach nur ein paar Videos für Leute drehe, die da Bock drauf haben. Und da aber, dass halt nichts Besonderes für mich ist. Weil, ähm, es ist halt auch mein Job gleichzeitig Videos zu produzieren. Und, ähm, ich mache halt, wow, das ist ja die. Sehr gut gerade. Ich mache halt eigentlich nichts anderes, als was ich im Job auch mache. Also, ich weiß nicht, wie, wie besonders das wirklich ist. Und anscheinend ist es besonders. Und dann habe ich dieses riesen Paket von Nisi bekommen, wo ich einfach nur da saß und einfach nur am Heulen war, wo ich einfach so gerührt war. Und auch so viele Zusprüche und so viele Leute. Das war Wahnsinn. Ja, auch auf dem Commandfest Anfang des Jahres, wo dann so viele Leute auf mich zugekommen sind, mit mir reden wollten, Unterschriften von mir haben wollten oder ähnliches. Das war wirklich, wirklich sick, was da rumgegangen ist. Und, äh, nochmal vielen, vielen Dank an jeden Einzelnen von euch. Das war, das war wirklich krank. Also, für mich krank, weil damit habe ich nie gerechnet, dass es so krass eskaliert irgendwann mal. Und, ja, das war, das waren Erlebnisse dieses Jahr. Also, ich habe dieses Jahr so viele krasse Sachen erlebt, ähm, mit Commandfest, mit 1000 Abonnenten, mit, äh, Reisen und so weiter und so fort. Das war, das war krass. Also, es war wirklich, wirklich krass. Und auch so viele Geschenke noch von Leuten, die mir was geschenkt haben. Anfang des Jahres, äh, habe ich noch Geschenke bekommen, jetzt Geschenke bekommen zu, äh, zu Weihnachten und so weiter. Das ist so krass. Und ich hoffe, ich konnte euch das noch ein bisschen zurückgeben. Ich habe ja hin und wieder mal ein paar Gewinnspiele gemacht und, äh, hoffe, das war für euch noch ausreichend, dass ihr auch was gewonnen habt. Ähm, weil, ja, ich will das auch ein bisschen zurückgeben. Einfach diese, 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 diese Liebe, die ich erfahre, mit der ich so, auch wie gesagt, nie gerechnet habe, dass das irgendwer großartig, oh, die Topter, ähm, sich für das interessiert, was ich hier tue. Und dass ihr das tut, finde ich einfach großartig. Nochmal deshalb, vielen, vielen Dank deshalb an euch. Das ist für mich ganz, ganz wichtig, weil, äh, ohne euch wäre das hier schon lange, lange langweilig für mich. Und es ist alles andere als langweilig für mich. Es ist wirklich super interessant, auch mit den Leuten zu interagieren und, äh, mit den ganzen Kommentaren zu interagieren. Leute, die mir auf Discord schreiben, auf Instagram und so weiter und so fort. Das ist, ach, das ist krass. Und, ähm, das freut mich zum Beispiel auch, da habe ich jetzt in letzter Zeit, das heißt in letzter Zeit, so vor ein paar Monaten wieder angefangen, mehr auch wieder andere Leute bei mir auf den Channel zu holen. Ich war ja mit, äh, Domme zum Beispiel bei Ultimate Guard. Uh, die habe ich dann, den habe ich dann mitgenommen. Und, äh, Domme ist ja sowieso öfter jetzt mittlerweile auf meinem Kanal, mal wieder, zu sehen. Äh, nachdem mir das erste 18-Plus-Video, was ich besitze und auch das einzige 18-Plus-Video, was ich besitze, äh, geschaffen hat. Und zwar das Opening von Street Fighter, Secret Layer. Das musste ich als 18-Plus nehmen, wegen der Strong Language, die er benutzt hat. Und, äh, tatsächlich guckt das niemand, niemand guckt dieses Video. Das ist eins meiner schlecht gegucktesten Videos aller Zeiten, weil es ein 18-Plus-Video ist. Was soll ich machen? Also, YouTube hat mir vorgeschlagen, möchtest du das nicht als 18-Plus-Video machen? Und ich so, äh, eigentlich nicht, aber, ja. Danke nochmal, Domme. Danke. Ähm, ich habe hier noch so ein Pokémon-Buster. Von, von, von Meckes. Von Meckes. Muss ich noch aufmachen. Reingucken. Was da noch drin ist. Man muss ja nicht nur immer Magic machen. Was ist hier noch drin? Was ist hier alles drin? What the fuck? Okay, da ist ein Fucano mit, ist das ein Pizzaschneider? Was ist das? Was ist das? Warum ist das so? Aber das ist doch... Okay, Pokéball. Ich habe keine Ahnung. Äh, das ist... Okay, was hier drin ist. Hier, das erklärt das. Niedrig hoch. Drehen, um eine Kategorie zu wählen. Okay, man kann damit Minigames machen. Ich habe keine Ahnung. Ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Ist mir auch egal. Ich gucke mal, was passiert. Oh, das ist ein Papier-Booster. Das ist hier ein Papier-Booster. Ein Fucano. Volle Pich. Ein Lampi. Warti. Und ein Wommel. Das ist eine Entwicklung. Der Rest ist ein Basel-Pokémon. Ja, cool. So viel Fucanos. Oh mein Gott. Muss ich gleich mal mit beschäftigen, was das genau ist. Aber auch mit anderen Leuten, wie zum Beispiel Robin, meinem Co-host von Radio Afnica, habe ich ja auch schon Videos mittlerweile mehr gemacht. Und wo er bei mir auf dem Channel was geopnet hat, wo er einfach einen Enzyke-Lehrer gezeigt hat. Dann hatte ich ganz viele Leute, die mir Deck-Tags gemacht haben von ihren Decks, die dann auf meinem Channel hochgeladen wurden und da wirklich so mit den Leuten auch interagieren konnten. Und das sind teilweise, das muss ich halt auch mal wieder beisagen, ja auch Leute, die noch nie mit YouTube oder mit Content-Kreationen, Kreationen, richtig gut heute wieder, Blacky, mit Content-Creationen oder Ähnlichem zu tun hatten. Das sind Leute, die einfach im Store sitzen und sagen, hey, ich habe hier ein Deck und ich sage, geil, hast du nicht Bock, das Deck zu zeigen? Und dann zeigen die das einfach. Uh, meia. Und wenn die das einfach zeigen und dann hochladen und dann tausende Leute sagen so, meine Stimme ist so schlimm und so weiter und so fort. Und die fühlen sich so stark bestätigt davon, dass ihr halt sagt, hey, uh, ohne Braids. Das ist ein cooles Video, ist ein cooles Deck, cool, dass du es gezeigt hast und sonst was. Die sind einfach nur happy. Und deswegen nochmal vielen, vielen Dank, dass ihr auch bei denen dann schaut und bei denen in die Kommentare dann auch reinschreibt, wenn die coole Deck-Tags gemacht haben, wenn sie ein schönes Deck haben oder Ähnliches. Das ist so krass für die Leute. Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen, was Leute dann auf einmal zu mir kommen und sagen, das ist ja mega krass, ich habe das überhaupt nicht mitbekommen, dass da so viele Kommentare kommen. Ein paar Leute sind es ja schon gewohnt mit den Deck-Tags. Ein paar Leute machen ja relativ oft Deck-Tags, aber eben nicht alle. Und da finde ich es halt immer wieder schön, wenn da Leute gut aufgenommen werden. Und die haben ja auch Ahnung von dem, was sie tun. Es gibt ja einen Grund, weshalb ich die Leute, uh, Leyline-Binding, die Leute ein Deck-Tag machen lasse. Und Dominaria's Judgment. Als Judge, großartig. Warum ich die Leute das Deck-Tag machen lasse. Weil die haben mehr Ahnung von ihren Decks als ich. Surprise. Ich meine, ich habe viel Ahnung von vielen Decks, aber eben nur Basic-Ahnung. Und die spielen das Deck. Die wissen, was daran gut ist. Die wissen, was daran schlecht ist. Die können euch Geschichten erzählen. Da würde ich halt von träumen, weil ich weiß, dass die existieren. Okay. Uh, uh, Triple Rare. Nice. Nice. Keine Ahnung, ob die was wert sind, aber es sind Triple Rares. Not bad. Und, äh, deswegen hole ich ja die Leute rein. Deswegen finde ich es so, so cool. Und, äh, auch an der Stelle nochmal gerade an, an Domme und an Robin. Vielen, vielen Dank. Ähm, ihr wart die Leute, die mich am meisten begleitet haben dieses Jahr. Domme jeden Sonntag. Ihr habt jeden Sonntag ein Gameplay bekommen. Es ist nicht einmal ausgefallen. Und Domme und ich haben uns wirklich den Arsch aufgerissen. Damit ihr wirklich jeden Sonntag ein, äh, Video bekommt von uns. Wo, äh, wir euch Gameplay liefern. Ähm, zusätzlich hat Domme sich natürlich noch darum gekümmert, dass wir Deck-Tags haben. Uh, Raven-Man hat er voll. Äh, dass wir Deck-Tags für euch haben. Ähm, er seine Decks auch vorstellt. Er mit euch interagiert. Und so weiter und so fort. Und auch die Openings. Viele von den Secret-Layer-Openings sind dieses Mal von Domme gewesen. Und, ähm, deswegen nochmal vielen Dank dafür. Genau wie an, an Robin für, äh, das Begleiten. Und, ähm, das ist Radio Ravnica. Es ist für mich halt immer wieder, immer wieder ein Highlight. Jede Woche aufs Neue. Uh, 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 der Zerstörer. Sehr geil. Ähm, immer wieder ein Highlight aufs Neue. Jede Woche mit, mit, mit einem Kumpel einfach drüber zu reden. Und was Magic so ausmacht. Und was Magic aktuell so tut. Und es ist einfach schön. Und gerade an die beiden Jungs geht ein ganz, ganz großer Dank meinerseits. Abgesehen davon, dass ich jedem einzelnen danke, der sowieso, äh, mit mir hier interagiert, mit mir Kommentare schreibt, mit mir redet und sonst was. Gerade auf dem Commandfest auch die anderen Content Creator und so weiter. Das war so, so schön, mal die anderen Leute kennenzulernen und mit denen zu, zu reden. Und, äh, ja. Das war schon überwältigend, was die Leute dann auf einmal auch von einem halten und so weiter. Und sagen, wow, Blackie, Rückgrat der Community. Du bist einer derjenigen, die die Content Creator Szene zusammenhängt. Und ich denke mir so, so, ich bin halt irgendwie so ein random Dude, der daheim im Keller sitzt und ein paar Videos produziert. Und halt nett zu Menschen ist. Das ist so meine Sicht der Dinge. Aber irgendwie sehen Menschen das anders. Und, äh, das finde ich tatsächlich sehr, sehr interessant. Und freut mich natürlich. Ich bin ja jetzt auch niemand, der sagt, nö, also, das finde ich doof. Ich höre jetzt auf, das zu sein. Sondern ich freue mich natürlich darüber, dass, äh, ich Leute inspirieren kann. Dass ich Leuten, wirklich mein Lieblingsformat beibringen kann. Dass ich in meinem Lieblingsspiel beibringen kann. Und dass ich da mit Leuten interagieren kann. Und das ist halt was, 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 was mich einfach sehr, sehr glücklich macht, dass ich das kann. Und dass das, uh, Aufwärtserei, ähm, Teil meines, meines Lebens einfach geworden ist. Ich meine, es gibt Menschen, die finden es doof, dass ich dann hin und wieder mal vor der Kamera sitze und dann stundenlang Videos drehe. Oder Booster öffne oder Booster Horte, damit ich Booster öffnen kann. Aber, ist mir egal. Ähm, uh, Extrationsspezialistin. Auch eine sehr, sehr gute Karte. Wirklich gute Karte. Ja, und was natürlich auch dieses Jahr richtig krass war, war, dass ich das erste Mal wirklich von Leuten angesprochen wurde, die gesagt haben, hier, Blackie, ähm, kauf einen Bundle. Mach das auf. Ich zahl dir das. Und du schickst mir das zu. Auch das super krass. Also, dass da, dass da Leute auf mich zugekommen sind und gesagt haben, hey, Blackie, äh, ich bezahl dir das, dass du das öffnest. Uh, alter Gold drauf. Ähm, wo ich gesagt hab, wow, bist du dir sicher, dass, dass ich das öffnen soll? Warte, 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 warte. Stopp, stopp, stopp. Hier ist was durcheinander gekommen. Hier ist weiter Commander Legends. Ball das geht. Das machen wir jetzt erst auf. Ähm, bist du dir sicher, dass ich das öffnen soll? Äh, genauso Unterschriften auf Karten. Ich hab auf, auf, auf dem Commandfest hab ich eine Karte signiert, die, glaub ich, 300 Euro wert ist. Die hab ich entwertet. Ich hab neulich ein paar Judge-Foils, äh, äh, verlost und verschenkt, wo auch ganz viele Leute Unterschriften drauf haben wollten, wo ich sag, seid ihr euch sicher? Ich bin irgendein Random-Dude aus dem Internet, der jetzt noch nicht so bekannt ist und, und, und ich zerstöre eure Magic-Karte, wenn ich unterschreibe. Und alle haben gesagt, ja, wir sind uns sicher, wir wollen das, wir wollen von dir eine Unterschrift, was natürlich bei mir so ein, so ein, wow, ausgelöst hat. Einfach, weil, dass, das, das, find ich halt, da komm ich noch nicht so ganz mit klar. Das ist, freut mich natürlich mega, aber, äh, das ist schon, schon krass. Uh, uh, Kindred Discovery in voll Full-Up. Und, ähm, da muss ich sagen, das ist, find ich schon so, so krass, dass Leute halt da wirklich Karten auf 50, 60 Euro Karten nicht unterschreiben sollen. Und, äh, das, puh, das ist schon, schon, schon spannend. Und, und auch dieses, das Zuschicken von, von Produkten, wo ich dann sag, okay, ich öffne das, äh, schick dir das zu, wo die Leute dann auch sagen, ja, ich übernehme auch den Versand, gar kein Problem. Hauptsache, du öffnest mir dieses Ding und ich hab ein Video, wo du das öffnest. Und das fand ich auch so krass, muss ich sagen. Also, das ist was, wo ich sag, äh, damit hab ich nie wirklich gerechnet, dass das Leute von mir geöffneten Kram haben wollen. Weil, ich bin halt nur irgendein Random-Dude im Internet. Uh, Caves of the Chaos-Eventron, voll. Sehr, sehr gut. Wird immer öfter gespielt. Maxing Puzzlebox. Das kenn ich nicht. Und, ähm, ja, trotzdem wollen Leute das sehen. Das find ich so, so interessant. Und es freut mich natürlich mega. Deshalb, also, vielen, vielen Dank. Uh, an der City. Brauchte ich noch einen Token von. Äh, vielen, vielen Dank an euch, dass, äh, dass ihr mir diese, diese Chance gebt. Warum liegt da eine? Fall. Kommt da hin. Ist das eine Fall? Ist eine Fall. Ähm, dass ihr mir die Chance gebt, äh, für euch so Sachen aufzumachen. Weil, für mich ist das was mega Besonderes. Auch, dass ich hier jetzt gerade sitze und einfach nur so haufenweise, uh, Swiftfootboots, haufenweise, ähm, Booster öffne, ist jetzt für mich keine, keine, nicht irgendwie, ich möchte angeben, dass ich so viele Booster habe oder ähnliches. Sondern, das ist für mich ein Privileg. Ich weiß, dass es viele Leute gibt, die jetzt sagen, oh, so viele Booster, so krasse Sets. Was macht der da auf? Uh, Unterschrift. Mit einem Pentagramm. Fast ein Pentagramm. Was, was macht der da alles auf? Krass. Und ich sag halt, ja, das ist halt nicht allgegenwärtig. Das ist übrigens, äh, Zawak, Deathbringers. Einer meiner Lieblings-Commander in dem Set. Einfach, weil ich ihn in fast jedem Pre-Release und fast jedem, äh, äh, Ding gespielt habe. In jedem Draft. Das war wirklich ein cooler Commander. Und, äh, ja, wie gesagt, für mich ist das auch nichts Besonderes. Und der Grund, weshalb ich das jetzt gerade alles öffne oder überhaupt geholt habe, was ich hier liegen hatte und dann halt für euch öffne, ist halt, weil ich es für euch machen kann. Weil ich es halt im Video benutzen kann, weil ich es halt im Hintergrund laufen lassen kann, während ich mit euch über mein Ja rede. Und, ja, das ist halt wirklich was, wo ich sag, das, das kann ich halt nur machen, äh, wegen, wegen euch. Also ansonsten hätte ich halt keinen Grund dafür, diesen ganzen Booster aufzumachen. Geschweige denn, sie zu holen. Das ist halt noch der nächste Punkt. Uh, 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 dem kann man coole Combos bauen. Der ist, äh, tatsächlich in der Infinite-Combo im, im Legacy, äh, und auch im Commander mit, äh, Unimate-Dead und, äh, Necromancy. Sehr cool, dass ich den hab. Will ich auch behalten. Uh, okay. Und ich fand's halt immer noch schön, wie ich für euch auch dieses Jahr ein bisschen mehr auch so ein Style dieses Vlogging gehen konnte. Ähm, ich hab ja schon drüber geredet, ich hab ja die Urlaube gemacht, wo ich euch ein Vlog-Video gemacht hab. Ich war ja auch bei, bei Ultimate-Guard, beziehungsweise bei Heo vor Ort und konnte da ein bisschen was angucken. Und das fand ich halt so cool, so krass, wie ich bei, bei verschiedensten Firmen auch mal hinter die Kulissen gucken konnte. Bei manchen hatte ich die Kamera mit, äh, bei anderen hab ich sie leider vergessen und hätte sie gerne dabei gehabt. Und versuch demnächst noch mal mit, äh, den Stores zu interagieren. Und, ähm, ich war ja beim BB Spiele zum Beispiel, hab mir da die Kulissen mit euch geschaut. Äh, bei Heo, ähm, dann war's so lustig, ich war beim, äh, Trader online. Ähm, der ist ja auch bei mir oben in der Gegend, sag ich mal. Ist nicht direkt in der Gegend, aber ist in der Gegend. Ähm, übrigens kauf keine Double-Feature, diesen Müll. Ähm, und, naja, da war's dann so, dann, ähm, hab ich mit, 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 äh, dem Judge-Stort interagiert, weil wir irgendwo hinfahren wollten. Ich glaub nach Berlin. Und das war halt super witzig, weil, äh, tatsächlich der, der Michael, der Besitzer vom Trader, halt irgendwann rauskam und sagte, ich, ich, ich kenn dich doch, du bist doch MTG Blackstead. Komm, ich zeig dir mal meine, bei uns im Lager und, und wie das bei uns so läuft und so weiter. Und dann durfte ich halt beim Trader online halt auch hintenrum durchlaufen und so weiter und so fort. Es war so cool, einfach mal diesen Einblick zu haben. Hab leider meine Kamera vergessen, beziehungsweise hatte meine Kamera nicht dabei und hab da auch gar nicht dran gedacht. Ähm, ähm, und will das auf jeden Fall nochmal machen, äh, auch bei verschiedenen Stores mal ein bisschen hinten dran zu schauen. Also, grad bei, bei Stores, wo es halt nicht jeder schon kennt, sag ich mal. Ähm, aber auch einfach so, so wie funktioniert so ein Store, so ein bisschen behind the scenes, weil das ist halt was, was es halt super wenig gibt auf, ähm, auf YouTube. Und ich halt sagen muss, das finde ich halt super interessant und das findet ihr auch interessant. Also, das hab ich ja mitgekriegt. Immer wenn es in irgendwelche, äh, hinter den Kulissen Sachen ging oder Sachen, die ich halt exklusiv für euch zeigen konnte, wart ihr super, super gespannt. Und das fand ich auch so cool. Das hab ich ja auch gesehen, zum Beispiel auf Instagram, beziehungsweise auf Twitter, Facebook. Das sind ja die Sachen, wo ich wirklich aktiv bin. Also, Instagram bin ich noch am aktivsten, ähm, Facebook so mittelmäßig und, äh, Twitter, ja. Ist halt Twitter, ich kann mir Twitter nicht glauben. Und da muss ich halt sagen, das fand ich so, so cool, wie die Leute da auch einfach das gefeiert haben, mit mir meine, meine Adventure gegangen sind. Ich hab auf Instagram mittlerweile fast 1000 Abonnenten. Das, 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 das hab ich auch nie gedacht, dass, dass sich fast 1000 Leute dafür interessieren, was ich für, für Bilder von gefühlt meinem Essen poste. Also, nein, ich poste keine Bilder von meinem, ich habe schon Bilder von meinem Essen gepostet. Aber ihr wisst, was ich meine. Ähm, sondern einfach so, so, wie, was ich mache, wie ich, wie ich mein Leben lebe, was ich so mit Magic erlebe und so weiter. Dass das Leute interessiert, das finde ich halt immer noch so, so krass. Und da hab ich halt auch immer ganz viel gepostet, wenn ich unterwegs war, wenn ich wieder irgendwo in irgendeinem Store war oder irgendwas angeguckt hab oder ähnliches. Und, ähm, das hat wirklich Leute interessiert. Und das fand ich halt super, 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 super schön. Nochmal vielen Dank dafür, dass ihr da auch aktiv gefolgt seid und da halt auch hinterher seid. Das fand ich, ich kann das gar nicht oft genug sagen, wie dankbar ich einfach dafür bin, was alles dieses Jahr passiert ist. Das ist, ich kann auch gar nicht alles über, über, äh, drüber reden. Also, wie gesagt, wir haben Anfang des Jahres hatten wir halt noch so ein bisschen was an Produkten. Äh, Zaubern zum Beispiel hab ich auch die, die, die Box getestet gehabt, die neue. Ähm, die ich wirklich auch cool fand. Oh, Fall of Negation. Ching. Wow. Riden 6. Ching. Sehr cool. Hab ich auch mal irgendwas Cooles aufgemacht auf Kamera. Ich hab auch endlich mal was Cooles aufgemacht. Mama, ich hab Geld gemacht. Ähm. Ne, mit Zauberhand hab ich da interagiert, mit anderen Stores, die zum Beispiel auch diese Acrylboxen für, für Displays gemacht haben oder auch für so kleine Starterdecks und so weiter. Das ist halt genau der Punkt. Solches, solche Sachen will ich wieder machen oder mehr machen, weil das hattet ihr wirklich, das fandet ihr cool und das merke ich natürlich auch. Also, ich, ich sehe die, die Aufrufzahlen, ich sehe die Interaktion, ich sehe das, wie ihr unter den Videos kommentiert und wie ihr mit mir interagiert, ähm, was ihr haben wollt. Und wenn ihr irgendwas habt, was ihr besonders cool fandet oder besonders schlecht fandet dieses Jahr, schlecht geht genauso, ähm, wäre das super, super cool, wenn ihr mir das in die Kommentare schreiben könntet. Alleine, dass ich halt mal drüber schauen kann und sagen kann, okay, das war cool, das muss ich öfter machen oder das wollt ihr öfter sehen, das versuche ich noch öfter zu machen und das war nicht so cool. Das mache ich weniger auf. Ich kann jetzt nicht jeden Tag ein Blackie Talk raus machen. Das funktioniert nicht, da gehen mir zu schnell die Themen aus, beziehungsweise ich kann mit euch über Themen reden, das sind dann halt aber nicht ganz so intensiv recherchierte Themen, sondern einfach nur meine Meinung. Und ich versuche ja bei Blackie Talk nicht nur meine Meinung rüberzubringen, sondern auch ein bisschen recherchierte, fundierte Meinungen euch zu zeigen. Und, uh, Fricks in Alter, Batman. Und, ähm, das versuche ich ja so ein bisschen und ich hoffe, das kommt auch an und ich hoffe, ihr, ihr, ihr akzeptiert das auch, dass meine Blackie Talks da ein bisschen, ein bisschen seltener kommen. Also in dem Sinne nochmal vielen, 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 vielen Dank an jeden meiner Zuschauer, an die Leute, die mich so hart unterstützt haben bei meinen Videos, bei meinen Channeln, ähm, dass ihr so Teil davon seid. An jede Company, mit der ich zusammengearbeitet habe, an jede Firma, mit der ich zusammenarbeiten konnte und natürlich dann auch an andere Content Creator, die mir teilweise Sachen zugeschickt haben, die ich offenen konnte mit Boostern, mit, äh, irgendwelchen T-Shirts und was. Also großartig. Wirklich, wirklich. Vielen, vielen, vielen Dank für dieses für mich überwältigt großartige Jahr. Das war wirklich, das war so ein krasses Jahr. Es ist so viel passiert von irgendwelchen Events, tausend Abonnenten, bis hin zu allem Möglichen. Das ist so krass. Ich wiederhole mich nur noch, weil ich kann das immer noch nicht realisieren, dass das so explodiert ist dieses Jahr. Und ich hoffe, nächstes Jahr machen wir weiter. Und wir können da wirklich zusammen auch einfach diesen Weg beschreiten. und einfach schauen, wie wir weitergehen. Ich werde euch auf jeden Fall weiter Videos für euch produzieren. Und, ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Euer Blacksid. Ciao, ciao. Außerdem wünsche ich euch einen wunderschönen Rutsch ins neue Jahr, der jetzt kommt. Und, äh, wenn ihr das später hört, hoffe ich, dass ihr gut ins neue Jahr gekommen seid. Und alles, alles Gute für 2023.